Ich werde jetzt hier das mal einschalten, die App, und wir scannen jetzt mal den einen Barcode, schauen wir mal, ob das funktioniert, ne, das ist sehr schnell gegangen, lädt, und, oh oh, ich bekomme ein Rufzeichen, es sieht ziemlich gefährlich aus, und jetzt wollen wir mal ganz kurz schauen, hoppala, was passiert mit der anderen Zahnpasta, gehen wir noch einmal auf Scannen, noch einmal auf den Strichcode einfach draufhalten, es geht relativ unkompliziert, und ich bekomme ein grünes Herz, ein grünes Herz. Martin, kannst du uns bitte kurz erklären, was das bedeutet, und wie fern hat das mit Global 2000 zu tun? Ja, auf dieser Zahnpasta von Oldolmed 3 steht eine neue Formel drauf, das hat sich so still und heimlich eingeschlichen, das heißt, hier sind keine hormonell wirksamen Chemikalien mehr drauf, das heißt, die Firma hat ausgelistet und auf diese Chemikalien dank zu unseres Toxvox und unserer Kampagne verzichtet, was toll ist, und wie man es vorher gesehen hat, so einfach kann man testen, wo man sich mit Hormonen was Gutes tut, natürlich nicht, aber draufhalten, schauen, und dann haben wir das Ergebnis und sind auf der sicheren Seite.